Und ein weiterer Tipp, meine liebe Buchfreunde. Schaut mal hier, ja, Wissen schmeckt. Ein absolut tolles Buch und ich bin so was von glücklich, dabei zu sein. Argan Gadiri ist es gelungen, wirklich 16, ich sag's mal, Wissenschaftler, 16 Hochschuldozenten an einen Tisch zu bringen, in ein Buch zu vereinen, die aber gleichzeitig auch eine Leidenschaft haben. Die Leidenschaft zum Kochen. Und anhand dieser Kombination, also das Kochen, die Wissenschaft und natürlich auch den richtigen Wein dazu, ist dieses tolle neue Buch im Springer Verlag erschienen. Ab gestern überall im Handel erhältlich, Wissen schmeckt. Und das Schöne ist dran, bei diesem Wissen schmeckt, bei diesen Inhalten geht es definitiv darum, nehmen wir zum Beispiel meinen Bereich, ja, ich koche hier drin eine wunderbare Männerschnupfen-Hühnersuppe. Das passt zu mir, ja, das ist genau das, wofür ich dann... Aber ich erkläre natürlich auch anhand dieses Gerichtes, woher der Schnupfen kommt, was dementsprechend die Ursachen sind, wie man sich erkältet und warum natürlich auch Männer wesentlich mehr leiden, wenn sie krank sind als Frauen. Also, Wissenschaft mit Kochkunst gepaart in diesem Buch. Ich bin ganz stolz dabei zu sein. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß. Hier sind 16 leckere Gerichte drin, die ihr absolut mal nachkochen könnt. Ich bin richtig stolz drauf. Und übrigens, was auch passiert, die ganze Kochsendung wurde aufgezeichnet. Das heißt, ab Oktober seht ihr auch, wie ich im Fernsehstudio koche. Und wollt ihr auch mal irgendwo sowas Tolles haben, auch hier wieder mit neuem Design bei Springer, ja, meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Peter. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.